Er war ein Idiot. Um ein Meister zu werden, musste er als Kind seine Mutter beerdigen. Entkräftet und heimatlos entdeckte er den Garten der Unsterblichkeit und wurde verprügelt. Das ging zu schnell. Nochmal. Könnt ihr folgen? Wer mit der Tochter des Meisters kämpft, muss ein Mutiger aus der Fremde sein. Ich will Kung Fu lernen. Sie meinen, dass du ein kleiner Idiot bist. Shen Kung Fu gehört uns. Wo sollt es gehen? Arm und allein erfährt er die Schmerzen der Liebe. Am Ende zerfällt sein Geist. Er begegnet einem mächtigen Feind. Und zarter Liebe. Tai Chi. Mit atemberaubenden Action-Szenen. Schlägereien. Mädchen. Stunts. Küsse. Wissenschaft und Technik. Explosionen. Alles, was ihr wollt. Mit den bekanntesten und beliebtesten Darstellern ihres Landes. Eine Produktion des Regisseurs Stephen Fang. Klopp. AbsCH.